John und Commander Slater, wir liegen mit einem Fischerboot bei Riverside vor Anker. Bitte kommen. Wo bauen wir hier? Wir gehen mit der Waffen- und Munitionkarte. Melden Sie sich. Wenn es überleben wird, bitte melden Sie. Waffen! An den Verwarnskasten! Verwarnszeug. Ready? Wie? Ja, sitz auf der Ammo, damit Sie sich an den M16- und ... Roger! ... sehr schnell. Hallo? 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 Wir wollen zum Militärstützpunkt für den Fluss aufwärts. Wir können euch in zehn Minuten abholen. Bewaffnet euch und sagt Bescheid wenn es losgehen kann. Wir werden sie aufmischen. Ja, das ist was ich gesagt. Ja. Don't reload. Grab a new one. Okay, let's do this. Ja mach schon! Wir sind bereit. Okay, wir kommen. Sicher für euch die Gegend. Aber erst, auf der Tatoy, ich auch auf der Letzte sein. Wir liegen Waffen rum. Achtung! Nicht zu. Ja, das ist alles. Das ist alles. Verwischt! Jawoll! Nein, komm! Ja, komm! Ja, komm! Oh, ganz schön groß, das Gewehr. 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 Oh, ganz schön groß. Oh, ganz schön groß, das Gewehr. Oh, ganz schön groß, das Gewehr. Oh, ganz schön groß. Oh, ganz schön groß. Oh, ganz schön groß, das Gewehr. Oh, ganz schön groß, das Gewehr. Oh, ganz schön groß. Oh, ganz schön groß. Oh, ganz schön groß. Oh, ganz schön groß. Halt mich hier! Halt mich hier! Halt mich hier! Halt mich! GNO! Halt mich! Halt mich, halt mich! Untertitelung des ZDF, 2020